morgen meine kampfkumpel zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von grand emprise time travel survival dieser name dieses spiel der ist echt lang um fuchsi ich will mir noch bevor wir losreisen meine lieben möchte ich mir gerne noch erst einmal was zu essen holen und leider hat es den fuchs ausgesucht hab ich aber ich brauche bisschen essen denn wir haben in der letzten folge unser zeitreisegerät aufgebessert und jetzt können wir eigentlich weiterreisen und das werden wir doch dementsprechend gleich mal machen ich bin gespannt ob wir jetzt wo anders hinkommen oder ob das noch gar nicht mit dabei ist müssen wir einmal schauen ich glaube das kann jetzt noch eine weile dauern ich will losreisen komm 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 muss ich dann zu den dino zurück reisen so drei stück haben wir noch die werden wir natürlich noch machen sollte ich ich nehme mal kurz selber die mit sollten wir wie gesagt zu den dinos jetzt reisen müssen noch weiter in der zeit zurück zu reisen wo will ich denn hin zur geburt der erde das wird ein bisschen explosiv oder ein bisschen warm oh leute ich bin gespannt wo die heiß reise jetzt hingeht vielleicht sehen wir ja dann irgendwann piraten ägypten stimmt wir können jetzt ins ägypten jawoll auf auf nach ägypten meine lieben habe ich da auch mein dino neues nützliches für diese ära freigeschaltet öffnet den technologie baum um zu sehen jep was ist das im land der riesenwürmer okay ich bin weg die eh aua du kleiner rosenstift wie viele von euch gibt es denn hier au ich glaube hier müsste ich eigentlich sicher sein ein sandbödlein ein sandbödlein zwei hundertfünfzig baumstämme willst du mich veräppeln oh oh ich glaube ich hätte mein fleisch ich hätte das fleisch da lassen sollen ich glaube ich muss den ganzen dings hier abernten oder ich muss hin und her spawnen ich glaube ich werde das fleisch entfernen entfernen was domenka denn ernst soll ich das machen 200 ich brauche einen korb es bleibt mir nichts anderes übrig ne mein inventar ist so voll kumpel 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 wirklich sie kommen mir gefährlich nah habe ich das gefühl wo 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 das keinen So, das bleibt mir ja nichts anderes übrig. Umheit 200. Dinger zu bekommen. Weil wir wären sau schwer. Oh, nichts. 250 sogar noch. Der wird mich treffen. Boah! Ja, ist klar, weil hierüber ich die Bäume entferne. Guter Deutsch. Ich kann mich noch bewegen. Komm schon. Autsch! Ey! Oh, wasser Siegel? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Wow, einfach weitermachen. Wie das Männchen drauf sitzt so, hallo, wie geht's denn so? Wow, das war wieder knapp. Wow, da noch zu lenken ist witzig. Okay, dann fahren wir einfach mal auf der Seite weiter. Geschillt. Er erinnert ja so ein bisschen an Dune, heißt der Film so. Ich kann nicht besonders gut lenken, ne? Ich kann nur gerade ausfahren. Wow. Also doch, ich kann lenken mit der Maus, ich trotte. Okay, gestartet. Oh. Kann ich mich mal kurz hier umschauen? Das ist ja eigentlich Steilgebiet, die dürften hier ja nicht hinkommen. Wenn ich mein... Ja, warum habe ich eigentlich nicht meine Fresse gehalten? Ab in die Weltreise! Au! Äh, ich glaube wir sind jetzt richtig in Ägypten. Sieht jedenfalls sehr sandig aus. Sieht jedenfalls sehr sandig aus. Emotep! Hallo Freunde! Ein altes Relikt. Ich glaube wir sind dann mit der Version dann fertig, ne? Sorry, musste gerade niesen. Nein! Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Geat! Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Da das noch nicht gesehen mit dem falschen Knopf gedrückt. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Oh, die sind nicht freundlich. Das bin leicht verwühlt. Was macht ihr denn da hinten? Ganz halte Jungs. Was macht ihr denn da hinten? Ich wollte eigentlich reinspringen. Japan oder China könnte China sein auch oder irgendwas anderes. Ich glaube, das ist ein Preview, was dementsprechend da noch dazukommen sollte als Eras. Das sieht stark aus. Na, wo sind die Ninjas oder Samurais? Wir müssen ja das Relikt gerade suchen, ne? Gut, wir erforschen das Gebiet, um den Boss zu erledigen. Ich glaube, ich habe schon das Gebiet gefunden. Der sieht böse aus. Ja, das ist bombig. Keanu Reeves, bist du's? Ja. 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 Bekommt er graue Haare? Hä? Hä? Wie hat er das gemacht? Für Sparta! Autsch! Ich habe das technische Gerät erhalten. Schau im Technologie gebogen nach. Nach der letzten Aufgabe der... Okay. Rüste dein Zeitreisegerät am eisernen Armbrust noch einmal auf, um noch ferner durch die Zeit zu reisen. Nimm alle zusätzlichen Ressourcen mit, die du hast. Es ist Zeit, eine Kolonie zu gründen. Eine Kolonie? Darf ich denn ein Schwert haben? Gut, dann würde ich mal sagen, zurück zur primitiven Ära. Und dann... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin gespannt Es ist Zeit, eine Kolonie zu gründen Nehme alle Ressourcen Was hat er gesagt? Nehme alle Ressourcen mit, die du hast Gut, meine Lieben Ich habe alle Ressourcen mitgenommen Und würde sagen Wir werden die Zeitreise in der nächsten Folge machen Ja, ich bin gemein Und deswegen, meine Lieben Bedanke ich mich für's Zusehen Und bis zur nächsten Folge Ciao, ciao